Fluffluff, fluff, 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 fluffi, fluff, 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 fluff. Wahre Worte. Wahre Worte. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ihr versteht es nicht? Das, dann müsst ihr mit dem Herz lesen, nicht mit den Augen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mogiko Castier 93. Im letzten Teil sind wir der Mogiko und dem Mogiko Monster in Flur mit die Hilfe von wieder nochmal Mufforo, dem flauschigsten Mogiko von allem. A fluffy statue. Ist so flauschig, ist es hier mit Pest, ist es mit weißer Riese gewaschen, natürlich. Ach, das ist schön. Ach, ist er freundlich. Hä? So viele flauschige Statuen. So flauschig, so flauschig. Ja, ja, ja. Oh, die sehen ja alle so flauschig aus. Oh, wie laufende Zuckermatte. A fluffy decorative plant. Oh. Muffo Co. Ach, die sind alle Muffo Co. Muffo Co. Mit der Fliege natürlich. Fliegen sind cool. Und Fluffa. Fluffa. Fluff. Fluff. A fluffy painting. Pooh. Es war. Ich fahre mich an meinen Räumen, bevor ich mit ihm rede. Ach, was bist du denn? Du warst wohl noch nicht im Trockner gewesen. Bist noch ein bisschen nass. Oh, es ist ein roter Bug. Touch it. Yes. Touch. Touch it. Touch it. Da war er schlecht. Hm? Ist das ein Bug? Huh? Woops. The mysterious Bug leapt into Yonokas Mouth. Du hast versaut. Oh, du bist jetzt tot. Du hast versaut. Ey, das ist Gebot. Du hast versaut. Hey, du bist zu tot. Du hast versaut. Hey, dafür kriegst du kein Lob. Oh, da zieht sich bei mir alles zusammen. Will er gerade hier wieder rauskommen, oder was? Ich muss noch alles anfassen. Ja! Ich bin so flauschig! Huh? Du bist jetzt einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Better than five. Parasite. Aber der flauschigste Parasite von allen auf dieser Welt. Pff. Got a fluffy Bug. A fluffy Bug. Items. Wo ist das Fluffy Bug? Shats like crazy. Muff. Nach all diesen abstrus verrückten Sachen ist es der Ausgleich. Es ist so putzig. Es ist so süß. Fluffy Bug. Fluffy Bug. Na du? Fluff. Fah. Fluff. Huhu. Fluff. Hast du Haar im Mund oder was? Fluff. Weekly Fluff. Witte Bug. Fluff. Wie war das? Fluff. Weekly Fluff. Hey, fang mal an. Nicht hier in der Öffentlichkeit. Fluff. Na na na. Fah. Die hatte ich ja schon. Fluffy Bug. Fluffy Bug. Fluffy Bug. Da hole ich mir doch gerne eine Würste für solche schönen Bücher. Moment. Also. Oh, der schläft. Stimmt. Na du. Flufffffffffffffffffffffffff. Fluff. Flush. Fluff. 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 Ich bin dir nicht beleidigend werden, ja? Bad. Fluff. Fluff the bad. Fluff Diary. Fluff. 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 Fluffy. Fluff. 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 Fluff, 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 fluff. Wahre Worte. Wahre Worte. Wenn seid ihr es nicht sagen können. Ihr versteht es nicht? Das, dann müsst ihr mit dem Herzen lesen. Nicht mit den Augen. Ich muss auch mal, sonst steche ich es nicht mir selbst noch aus. Äh, nicht mit den Augen. Ja, jetzt hat mir selber keiner mehr. Mench, jetzt ist es ein Spiel, das lässt einem selbst seine verrückten Sachen rauch. Da läuft bei mir jetzt selbst alles raus. Ich brauche gleich, um das aufzusammeln. Oh. Fluff time. Fluffy, fluff. Oh. Tea, there is fur floating in it. Das ist koreanischer Flufftea. Beste Sorte. Muss man heiß genießen. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern, wie ich seine Stimmung gemacht habe. Ja, es ist für mich jetzt ein Part her, aber trotzdem, das vergeht bei mir schnell. Kurzzeit ist extrem schlecht. Also, ich sehe, dass die Muggikos hier alle irgendwie fluffig sind? Ja, das sind korelte Muffikos. Muffikos? Sie wurden mit Plantsfluff Muggelparasites infectiert. Das ist alles, was ich da drinnen gesehen habe. Das hätte ich mir auch mal früher zeigen können. Das hätte ich mir auch mal früher zeigen können. By feeding them to that monster, das ist. Das cages on the way here. Das are all for quarantine. It's never once been cured. No way. It just makes their fur look fluffy, right? If I execute them. Ah, well, they die within a month of infection. Hä? There are symptoms like headaches, stomach aches, vomiting and dizziness, then vomiting blood, then death. Ah, deshalb habe ich ja so ein schlechtes Ende gekriegt. Is it safe to be here? Hey, one infect humans. This is safe in special Muggikos. Hör auf zu lügen! Du hast wohl gepennt, dass ich das gerade eben gemacht habe. Ich wurde infiziert. Oder bin ich selber ein Muggiko? Bin ich so lange in dieser Welt geblieben, dass ich jetzt selbst langsam zum Muggiko werde? Oh, das wär's ja. Am Ende kann ich die Welt gar nicht verlassen. Ich glaub dir kein Wort. Hm? Huh? Ähm, Mr. Muffo... Muffo? I've always looked like this! Was soll das heißen? Seh ich einfach krank aus! Du bist krank, dass du so krank denkst! Hmhm, hmhm! Sorry. Really makes things confusing. Deshalb hat er auf die Fliege, damit er sich unterscheiden kann. Ah, yes! I've had the monster mistake before, Muffo. And nearly eat me many at it. Many at time. Hm. Hm. Das war's, hm? Fluff, Fluff! I say! Fluff, Fluff indeed! My good friends! Ah, good! Addies! Mhm. Hap, huap, huap, huap. Hm. Come to think of it. What would the fuck Muffo look like, if he were fluffy? Hey, don't go imagining weird stuff Süß Rot, ne selber ein Statut, wie will ich Fluffy, ja du spielst du Fluff Fluffy geträume wünsche ich Fluff Fluff Die time Fluff Oh, er hat sogar gesagt, er hat's gesagt, Dankeschön Danke, 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 danke So, ich will die Figur Fluffy Fluffy Stato Fluffy Figur Ich kann die Figur nicht mal anklicken Ach schade Das, ich glaube hier war ich noch nicht Doch, das war die Tee Time dann was hier in der mitte war das schlafzimmer und da oben war ich ja auch schon richtig nö wer war ich noch nicht ach habt ihr euch jetzt alle drei gefunden oder was so glatt welcome back my phone ach moment die zwei mädchen waren das nicht die die wir im zug gesehen haben let's get the hell out of here to show the host of this is no don't drop it again also no don't don't drop it again you big dummy das phone man sie hey 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 look at me du heißt geschmack auf das gute wieder zum wieder weg das flach pass ist auf der moffiko bekam stars which fall on the land also pass auf wo du stehst jetzt bist du zermatscht servus Das ist so eine schöne Abwechslung. Alles so schön, so entspannt. Und natürlich ist es der kürzeste Weg von allen. Jetzt gibst du dir das Licht des Lord Prosciutto, um zu gehen. Genau. Mein Lord Prosciutto protect you. Der hat wohl nicht so einen Klauen, hm? Hm. Hm. Are you sure? Hm. Never mind. Now go into the divine light. Hat er mit dem Gott geredet oder was? Hm? Kill Morphoro? Nöööööööööööööööööööööööööööööööö CH â Keoped Es gibt databases Ende, wenn man dieses Special Morgekus tönet. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe andere Spiele gespielt, wo man Schlechtenden haben kann. Aber ich habe immer das gute Ende natürlich bevorzugt. Also, give yourself the divine light. Nimm mich auf. Und jetzt kommt die sechste Ebene, richtig? Oh, wer ist denn da? Ein singender Monko? Hey! Oh, es ist Mogiko. New toy! You're no fun. You're so boring. Hold on, calm down. You do not screw with me. Moment, ist das Defekt, Boriko? Floor 6. The Nightmare never ended. Der Albtraum hat nie geendet? Was für der Albtraum? Bin ich drin? Ich glaube schon. It's okay, Brother. Even if you... Even so. I don't mind. Right. Because we are... What? Was are you? Jetzt haben wir den Vergangenheitsausblick gesehen von der Yonoka und auch vom Defekt-Boriko. Vermute ich mal. Alright, this is a short route. We can get to Floor 7 quick. Right. Bist du dir oder auch sicher? Seems dead. Ja, aber nur was es tut, muss es nicht so sein. Warum höre ich Bossmusik? Das scheint wirklich schnell zu gehen. Keine Nebengänge, keine Hindernisse, sondern einfach hoch die Treppe. Wenn was entkommen ist, dann spüre ich dir den Gedanken. Ähm, Mr. Defekt-Moriko? What? I know this is very late, but... Thank you very much for helping me with everything. I definitely wouldn't have made it this far alone. Oh, sucks. Oh, hoho! Oh hoho! Oh hoho! Oh hoho! Leave that to once, you've actually escaped. Never know what could happen. Well, I suppose so. Oh, you should feel a little. Uh... Well, this is the entrance to the library. Library? It's the best shortcut to Floor 7. Heck, it'd be hard any other way. So, that's that. Huh? Willst du jetzt gehen? What is it? Ähm, nothing. Alright, let's go. Right. Oh, ich dachte schon, der will uns jetzt gehen. Der will jetzt ohne uns irgendwie weggehen und uns den Rest überlassen. Oh, ist es dunkel. Huh? Huh? Doesn't look very library-ish, so it is hard to see in the dark. Oh, no! This is... Uh oh. It's a trap! Huh? Huh? Ehm... Ja, sag was. I see. Was? So, this is you doing. Mogiko! Der König! Heute... ... Theions.... We would have liked it. Sonic & Kung-Dub..." Hätte mir klar sein müssen, ich hab's ja irgendwie so gesagt, dass derjenige, der hier, die... Die ganzen Mogikus waren wahrscheinlich eine Art Klonprojekt und der Original-Mogiku muss natürlich genauso aussehen, wie die anderen auch. Oder, ich bin mir nicht gerade sicher, haben alle diese zwei Strubbelhaare da auf dem Kopf? Ich glaube schon. Das sind so Details, da auf achte ich dich so. Der King Mogiku. Wobei der redet, genau. Willkommen zu dem Mogiku-Kastel, a.k.a. mein. Hä? Was ist das denn? Das ist der Fall Mogiku? Ach doch, die haben das alle. Er ist der King dieser Welt, der Kreator des Kastels, King Mogiku. Hä? Mein, Yorika, die beauty amazing, you know. Even got Magiku steamed. Moggahaha. He is completely indisputable from any other Mogiku. Okay, er ist genauso wie die anderen, aber ich gebe ihm trotzdem eine andere Stimme, okay? Dass man die unterscheiden kann. Oh, but I never thought you'd be lending her hand. Phew, what'd you do with the library? Oh, that thing? Smashed it. Magi. It was a nuisance. Magi. 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 Gott. Magi. 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 Oh, you're such a pest. I knew you, I should've killed you. Hmph. Keep tremming. Hah, when your in Magietan's world, you won't do as you please. Magi. My serventress will ensure it. Prepare yourself. Magi. Maggahahahaha. haha ja ja not a fan of that idea what odakon 8 hey to go down that easy huh you still have that missy always on the other side of caution eh sorry Mogiko I can't die yet eh hold on I don't know if she's like Mogik no no shield well no survival that was flashy he's dangerous that's the least that would do it do it that's the least that would do him in several minutes later wieso mehreren minuten was es passiert so where is this I don't really have a clue what's up with this place let's just go on ahead for real oh oh no 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 sorry intuition was way off huh was das ist leichter weg mit oder was wo ist es wahrscheinlich sind wir im zentrum des schlosses wo alles existiert und auch nichts wo zeit läuft und zeit still steht was wahrscheinlich irgendwie so ein schlauer eine mit monocle und und bibliothekerhut aber hat was die ist es floor 1 jetzt not es sieht aber so ähnlich aus da gebe ich da gebe ich ja noch kein recht annauern verschlossen wahrscheinlich sehen der eingang und der ausgang nur ähnlich ob es soll ich durch sie durchlaufen moment es ist die vergangenheit sehen wir die vergangenheit oh je mogiko return to blood alles klar das ist es vorbei ist der ernst der lage wieder da und ernst ist 35 jahre alt geworden jetzt ist das ist der gleiche wie zum krankenhaus was ist los verbinden sich jetzt die ebenen was display what's this place who can say never mindset let us elope okay say guess we'll take a look entrance fragezeichen es ist die bibliothek und eine art rezeption was ist es den mogiko desto ist die bibliothek ich verstehe gerade mal noch weil so alles einsteigen es geht ab es ist story of a married proskito ein drama schematik 48 basic technik es ist position position ich gehe schon wieder das falsche bild ins kopf raus 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 oh mein gott die zeit verfliegt so schnell aber ich mache noch den zumindest den raum noch fertig es ist halt voll morgen was was liest du gerade wie man menschen zubereitet oder wie nice fetisch in so klappe tier das wenn man mal das wenn man jetzt das wäre mein zweiter tipp gewesen ich lege Bücher pfff ja die erotische lektüre für den abend allein no food or drink in the library except berskirter 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 trink smooshies vielleicht be quiet in the library please return books within two weeks ok meine damen und herren wir sind also jetzt doch in der bibliothek angekommen wodurch wir einen schnellen weg zur ebene siebe gehen sollen finden sollen und es wird also sieben ebene geben ich habe einmal gesagt wird es die magische sieben sein und ja es ist der fall und ist der könig jetzt wirklich tot hat er ihn ermordet oder hat er es irgendwie überlebt und wird später als cyber mogiko king wieder zurückkehren was weiß ich was dieses spiel noch bieten wird aber ich bin ich bin bis zum ende gespannt und fasziniert und ja wenn ihnen die ausgabe von mogiko karstic gefallen hat lassen sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der fortsetzung bis dahin ihr 93 trovo i love to entertain you tschüss have good bye